Ich bin Valeska, bin 17 Jahre alt und ich wollte euch zeigen, wo ich wohne. Valeska besucht die 10. Klasse einer Kölner Förderschule. Die 17-Jährige lebt nicht bei ihren Eltern, sondern in einer Wohngemeinschaft. Ich lebe hier seit 5 Jahren mit anderen Kindern und Jugendlichen zusammen. In der Jugendhilfe Sommerberg wohnt sie seit ihrem 12. Lebensjahr. Viele Kinder kommen aus zerrütteten Familien. Valeska hat hier gefunden, was ihr immer fehlte. Ein Zuhause und Geborgenheit. Das ist für mich wie eine kleine Familie. Wenn ich nicht hier hingekommen wäre, dann wäre ich richtig abgerutscht. Füreinander da sein. Verantwortung übernehmen nach einer schweren Kindheit. Jetzt helfen ihnen die Pädagogen, wieder an sich und andere zu glauben. Doch es fehlt an Geld für Personal und neue Räume. Wir wünschen uns, dass wir mehr Fördermöglichkeiten hätten, um ganz individuell auf die Kinder eingehen zu können. Die ARD Fernsehlotterie hilft. Eine bessere Zukunft für diese Kinder. Das ist ein Jahr. Es stirbt die Kinder